hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge final arg ich bin immer noch beim züchten und muss ehrlich sagen ich weiß genau das dauert so ewig so ewig so ewig kommt einfach nichts bei rum was ich brauchen kann was ich euch gerne mal zeigen wollte denn ich bin nämlich gerade selber total geflasht das hätte mir ein zuschauer geschrieben weil ich ja meinte es immer so ätzend säugetiere zu züchten weil man ja immer nicht weiß was die haben und man immer dastehen muss wenn die irgendwie jungtiere bekommen die brutmaschine funktioniert auch bei säugetieren wenn die trächtig sind nun die ist jetzt gerade nicht recht die verpaaren sich erst warum bist du da unten im boden egal in acht minuten können wir den prägen ja wie ihr seht die verpaaren sich gerade ich zeige euch das dann mal ich bin total geflasht ich habe das noch nie vorher gehört ich habe das auch noch nie irgendwo gelesen und ich habe das noch nie irgendwo gesehen aber einer von euch meinte ja funktioniert auch bei denen du musst einfach bei der brutmaschine mal lange auf e drücken und dass dieses auswahlrad kommt und dann kannst du dir anzeigen lassen also da in der brutmaschine selber kann man sich nur anzeigen lassen wie lange die tragzeit noch ist und das ist jetzt nicht so wichtig also die erscheint dann hier unten rechts in der ecke neben den ganzen anderen werten von mir also letzten endes das steht ja auch am megaterium aber wenn ihr dann an das megaterium geht dann könnt ihr euch auch die werte von dem ungeborenen jungtier angucken und er meinte auch man kann das dann wenn man kann auch die schwangerschaft abbrechen also das stand da jetzt nicht der stand tragzeit zurücksetzen vielleicht ist das 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 kann man dann ja mal ausprobieren wenn das jetzt nicht das perfekte tier ist dann probieren wir das einfach mal aus mit tragzeit zurücksetzen vielleicht ist sie dann wieder nicht mehr trächtig aber vielleicht beginnt auch die zeit einfach nur von vorne mit dem selben baby das wäre natürlich quatsch was soll das auch ja wie ihr seht der der halb gare hier der hat ja also tatsächlich brauche ich von denen ich dachte ich brauche von denen gesundheit ausdauer und nahkampf schaden das stimmt gar nicht brauche von denen tatsächlich nur gesundheit und nahkampf schaden es ist also gar nicht so wahnsinnig viel okay gewicht guter gewichtswert aber das ist echt nicht so wichtig also wenn ich gesundheit und nahkampf schaden in einem jungtier habe bin ich schon sehr sehr glücklich der hier der hatte die die ausdauer und was hat er noch die ausdauer sauerstoff nahrung das hat der hier halt na gut ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig so jetzt hat es geklappt die ist trächtig ich sage mir hier noch mal schnell das ist ein Ei auf oder zwei sind das ja ich werde heute wahrscheinlich hauptsächlich versuchen die die bären zu leveln also die ist ja fast ausgewachsen die andere muss noch geprägt werden und gelevelt so wir gehen hier rein ich drücke jetzt lange auf e es gibt dieses auswahlrad überwachung der tragzeit und alles mögliche andere wollen sich aufheben so zack dann macht das so ein scanner und jetzt seht ihr da unten rechts diesen schnuller und da steht dann überwachung der tragzeit 293 komma bla sekunden wie das halt dauern wird bis die fertig getragen hat und wenn ich jetzt hier ran gehe dann ist steht jetzt ja auch nicht mehr wenn ich jetzt hier auf das auswahlrad gehe ich gehe mal ein bisschen näher haben überwachung der tragzeit dann kann ich mir hier die statistiken anzeigen lassen oder die tragzeit zurücksetzen wenn ich mir die statistiken anzeigen lasse dann sehen wir der hier der da geboren wird der hat die 36 level die er braucht in gesundheit der hat die 41 level in nahkampfschaden und der hat auch die 34 level in gewicht und ist ein mädchen perfekt wir werden das deswegen nicht zurücksetzen weil das ist endlich mal das tier das ich gebrauchen kann okay verhalten paarung deaktivieren verhalten paarung deaktivieren krass oder und das bleibt jetzt hier also ich kann jetzt auch hier wieder rangehen hier drauf drücken und sagen die blende das wieder aus aber eigentlich will es ja nicht ausblenden ich bin supi supi happy das ist ein mädel war das hier nicht zufällig ein junge männchen noch perfekter ja also das heißt wir haben jetzt gleich unser unser perfektes was das perfekt ist unser zweites halbgares tier und das was da geboren wird und der der da drüben jetzt jugendlich ist die müssen sich dann auch noch mal zusammenfinden und ihre guten werte alle kombinieren und dann haben wir nämlich alle besten werte aus insgesamt na gut ich habe fünf megaterien aber einer war in keinem wert besser als die anderen also aus den vier megaterien die haben wir dann schon mal auf zwei reduziert und die zwei die müssen sich dann noch auf eins reduzieren und dann haben wir da im prinzip alles was wir brauchen so ah ja tonja ist erwachsen geworden das ist schön die holen wir gleich aus ihrem loch raus so wir gucken hier auch noch mal weiter ich gucke immer noch den gesundheitswert 39 39 brauche einen der 41 ist alles andere interessiert mich nicht 39 37 39 37 ja seht ihr also ist nix dabei doppelklick das ist immer ein bisschen schwierig hier irgendwie lassen die sich nicht so richtig auswählen manchmal muss man ganz schön viel hin und her klicken so ja dann das hatten wir beim letzten mal schon gesprochen also das arc survival ascended das gibt es ja dann irgendwann in diesem riesen bundle mit ein erweiterung ja je länger ich drüber nachdenke desto weniger schlimm finde ich das jetzt also mich hätte es halt gefreut wenn wenn das andere auch schon mit dabei gewesen wäre also das arc 2 aber gut das ist es halt nicht viele sagen ja kaufst die katze im sack will ich gar nicht dass das dabei ist ist auch okay da haben wir dich okay und genau ich überlege halt wie wir wie wir dann weitermachen wenn das rausgekommen ist also erstmal gucken funktioniert es überhaupt bei der bei der ersten variante wo sich alle sehr viel aufgeregt haben wo arc 2 noch dabei war da stand ja auch dass wenn man das dann jetzt schon kauft im august dass man dann ach nee das war dann kriegt man zu arc 2 den beta zugang einen verfrühtenden monat oder irgendwie sowas nee nee okay ja wie gesagt im august soll das angeblich herauskommen und dann ist auch gleich gott störst mit dabei und vorher kommt irgendwann ich weiß nicht wenn hier jubiläums fest ist ich glaube irgendwie im mai vielleicht kommt diese ryognata ja noch hier mit dazu aller drüben wird gleich geboren sehr schön und das ist dann hier auf jeden fall noch mal ein neues tier wir haben ja schon das letzte neue tier noch gar nicht gezähmt den karcherodontosaurus ich gehe mal ganz stark davon aus die wird es auch alle bei arc ascendant survival ascendant geben also ich glaube das sind dieselben tiere vielleicht haben sie die optisch auch noch mal überarbeitet das wäre natürlich auch schön aber ich glaube nicht dass da irgendwas fehlt also wenn sie die jetzt bringen dann dann sind die in dem zweiten teil denke ich mal auch mit drin und wenn dann im august das asa rauskommt und scotched earth mit dabei ist dann ist da ja auch noch mal ein neues tier und irgendwann wahrscheinlich aber erst anfang nächsten jahres weiß ich jetzt nicht mal ob sie da schon irgendwie ein datum genannt hatten oder zumindest ein quartal da kommt ja dann noch eine neue map für das asa raus also ich nenne das jetzt immer nur asa weil es kürzer ist arc survival ascendant eine neue map und noch mal vier neue tiere raus und ja wie gesagt also wir gucken natürlich erst mal ob das funktioniert das das asa und ob sich das gut spielen lässt und behalten diesen spielstand hier definitiv auch erst mal nimmt uns ja also der ist zum beispiel der hat eine neue mutation aber er leiten eine coole farbe wie es aussieht das orange ne aber er hat leider nicht den wert mutiert den ich gerne haben will in der zwischenzeit können wir mal hier so ein alpha raptor platt machen hier mit dem prankenhieb macht er noch mal mehr schaden wenn ich jetzt zubeiße macht er 275 mit dem prankenhieb 358 ich weiß nicht noch ist der langsamer der prankenhieb das kann vielleicht sein jähr 18 level nämlich genau was ich wollte filet ist jetzt nicht genau 18 level aber wir müssen ja hier mal langsam irgendwie ein bisschen zu potte kommen mit unseren leveln geben wird hier nämlich auch mal 10.000 da oben und hier mal mindestens 500 reicht noch nicht ganz aber das ist doch schon mal ein guter anfang hat den jetzt da nicht mal ganz die hälfte seines lebens gekostet denn er war schon angekratzt sehr schön 75 klappt so einen hohen alpha raptor habe ich noch mit keinem anderen tier besiegt wunderbar und einfach mal wieder zurück und gucken wie viele eier hier inzwischen wiederum gekommen sind ja der das megaterium ist das brauche noch ein bisschen jetzt noch ungefähr fünf minuten oder so 44 40 aber gut zu wissen also das ist wirklich so eine geile neuerung hat das mal abgesehen von demjenigen ich weiß leider nicht mehr wer das war wie der name war alles schon mal irgendjemand von euch gewusst also ich habe davon echt überhaupt nichts gewusst dass das geht es ist ja so cool das macht es so viel einfacher also an dem gerät sagen hier brutzeit anzeigen und dann könnt ihr an dem vielleicht geht es auch ohne dass man die brutzeit angezeigt bekommt wir gehen mal ganz kurz so hin ich habe das jetzt gerade nicht aktiviert mit der brutzeit na gut jetzt wird es funktionieren nee es geht nicht es geht jetzt geht nur wenn dieses schild da ist na na ok cool ist also nur in den fünf minuten möglich wo ihr dieses brutzeit aktivieren oder trächtig tragzeit tragzeit heißt es genau nicht tragzeit also du warst immer noch der gute ne ja slot zwei wir packen denn hier einfach mal aus kommt slot schweiz da bist du da bist du ja so option kann man immer gleich sagen 1 auf g und 2 auf nahkampf und du bist ein männchen und dann kannst du mal gerne auf niedriger entfernung folgen und dann stellen würde ich mal irgendwie hier hinten hin genau gegeben die auch mal ein paar bärchen ins inventar zack so alle bären sind inzwischen ausgewachsen und der winnie puh der war ja vorher schon in seinem level fertig und der war ja den habe ich jetzt auf 10.000 gesundheit und 500 nahkampf schaden jetzt ist tonja dran und ich werde dafür mal gucken ob ich hier irgendwie in richtung in richtung carnivoren insel komme dann müsste ich dann ja rüber schwimmen aber sollte sollte eigentlich machbar sein der schwimmt zwar langsam aber der kann ja auch im wasser kämpfen deswegen denke ich wir kriegen das schon hin außerdem wer weiß vielleicht finden wir ja irgendwo noch hier so einen tollen loot andererseits okay es ist schon wieder ein wetter sondersgleichen hier winkel winkel so ich habe die terezinus mal kurz ausgemacht weil ich kann jetzt sowieso keine eier aufheben und ehe die dann da alle vor ort ausschlüpfen das nützt mir ja auch nix deswegen haben wir die mal kurz gestoppt so erstmal runter ans wasser dann gehen wir hier drüben am ufer lang dann gleich schon wieder ein level sehr gut es ist schon so so ja und beim nächsten mal denke ich sind wir dann soweit dass wir in die eishöhle können ich habe leider nur die die standard schnee klamotten also pelz klamotten ich habe glaube ich kein besseres blut sind oder irgendwas gefunden also kann ich ja mal nachgucken aber ich glaube nicht ich werde mir auf jeden fall noch mal ein paar enter haken machen und ich denke ich werde mir auch noch ein bisschen shotgun money machen kann ja auch sein dass unser terezinu einfach total schlecht ist obwohl er einen richtig guten sattel ich glaube der kriegt einfach gar nicht so viel schaden aber kann natürlich trotzdem sein oder das ist vielleicht so kalt ist dass sowohl pelz rüstung als auch otter nicht reichen und ja ich hatte beim letzten mal gesagt ich glaube man muss nachkampf schaden leveln damit er mehr aushält das wurde bestätigt das wäre so habe ich mir doch gedacht und da drin ist die kano insel und bis jetzt habe ich den aber natürlich noch gar nicht gelevelt weil also vom rumstehen hat er natürlich auch noch keine level so da schwimmen wir gleich mal rüber aber erstmal müssen wir noch unsere ausdauer aufladen nicht dass die uns dann irgendwie zwischendrin verloren geht das wäre blöd hallo noch einer ach wie schön ich nehme mir auch noch mal ein paar bärchen mit hier klingt als wäre hier was lautes ein rex in den krano juhu sehr schön super ähm gut das heißt der sammelt auch echt richtig gut filet ich meine guckt euch das mal an das ist richtig richtig gut so vielleicht schmeißen wir raus hier dieses ganze komische billig zeug das brauchen wir ja auch alles nicht okay na dann abmarsch nach da drüben ähm ich hätte ja auch immer noch ganz gerne sowas wie ein techrex habe ich aber immer noch keinen gefunden ach hey der schwimmt wirklich 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 langsam äh so was jetzt richtig blöd wäre wäre ein alpha megalodon weil der ist echt schnell und macht echt viel schaden und wir sind echt langsam hm wir machen erstmal da auf dieser kleinen vorinsel halt und ziehen dann rüber und dann machen wir einfach mal die ganze insel platt und dann levelt die halt so viel wie sie dabei levelt und dann ziehen wir wieder von dann und dann mache ich das gleiche nochmal mit der hertha weiß jetzt nicht ob ich mit der dann auch hierher komme naja guck mal der ist in etwa so schnell wie ich also erwischt mich nicht doch jetzt hat er mich erwischt ja was ziehen wir da noch was hinter uns her nö hüß 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 armes bärchen so ja ich bin mal gespannt wie weit wir kommen bis august wenn äh Asa rauskommt also ich denke mal die island haben wir dann geschafft und vielleicht auch scorched earth aber aberration also da sind wir dann vielleicht gerade aber geschafft haben wir das dann bestimmt noch nicht naja, wie gesagt, ich behalte erstmal den Spielstand und gucke mir das andere an ob das überhaupt spielfähig ist aber wenn es gut funktioniert, dann gibt es eigentlich keinen Grund, bei der alten Variante zu bleiben und nicht das neue zu spielen, das heißt wir würden ja im Prinzip schon wieder von vorne anfangen, aber das soll ja auch ein paar neue Mechaniken, Mechanismen geben mal gucken, vielleicht ist da ja auch irgendwie wow, wow das ist ja auch wirklich was dabei, was das Spiel so umkrempelt, dass man sagt, da ist sowieso besser, man fängt wieder von vorne an wir werden sehen, so der Nebel ist weg aber ich sehe auch keine Tiere ich glaube, wir hatten hier die Explorer und uns alle schon eingesammelt also wenn es nicht irgendwo eins gibt, was jetzt nicht auf dem Schirm hat, aber ich meine wir hätten die alle hey, hier ist ja überhaupt nichts los was ist hier? wo sind die ganzen Tiere? ah, da hinten, okay alles Agentavis ah, ein paar Sebelzahn-Katzen na bitte wow, drei mit einem nicht schlecht der hier scheint ein bisschen mehr auszuhalten der ist vielleicht nicht schlecht hier 120, ja komm, noch einer okay vier Level super raus mit dem Kram hier okay, und weiter geht's Karnus, ja das ist gut ich hätte eigentlich eher so auf Rechse gehofft jetzt ist ja hier auch nochmal irgendwo ein Alphatier oh, wir müssen auf jeden Fall bevor wir zum Overs hier gehen brauchen wir ja auch noch irgendwie einen Karcherodontosaurus oder Gigaherz habe ich ja bisher noch gar nicht warum leuchtest du hier so grün? ach so, es ist ja so ein halbgares Oster-Event ja, also außer dass es farbige Tiere gibt und auf offiziellen Servern die Raids ein bisschen anders sind soll es uns aber ah, da hinten sind endlich mal ein paar Rechse hat das auf uns jetzt keine Auswirkung sehr schön so levelt man doch vernünftig oh, wir haben einen Blutungsschaden mal ganz kurz gucken was die so sind im Level bevor wir uns über die her machen 10 und 100 okay, 100 ist natürlich und dann sind sie auch noch made boosted naja, aber wir haben's wir haben's auch schon bald mit den 10.000 da fehlt jetzt nur noch der Schaden sehr gut und ja, ich komme nicht so richtig dazu den zu leveln aber ich wollte mal gucken jetzt habe ich das Fleisch weggeschmissen egal ich wollte mal gucken ob man den mit Fleisch schneller leveln kann so, jetzt seid ihr gleich nicht mehr made boosted genau ah, ich glaube der hat eigentlich eine ganz coole Farbe hier kann man jetzt in dem Sonnenuntergang nicht mehr so richtig erkennen na komm sei tot danke wir haben ein Täschchen stehen lassen für uns weil unten ihre Arme nicht mehr in unseren in unseren Bär passen oder was ich verstehe manchmal nicht so ganz nach welchem Prinzip der die Sachen aufsammelt und mal nicht also der ist ja jetzt nicht überlastet nicht überladen deswegen verstehe ich nicht so ganz warum der die jetzt nicht genommen hat so ein Level noch ja ich heile den erstmal vielleicht durch die Nacht durch und dann sehen wir am nächsten Tag wie es weitergeht Sonnenaufgang der Kampf geht weiter wir haben uns einmal komplett hochgeheilt ich habe aber auch nochmal zwei Rechse und drei oder vier Agentaris getötet so läuft das hier äh die 10.000 Gesundheit die habe ich voll die 500 Nahkampfschaden die fehlen mir halt noch ich habe auch überlegt ob ich nochmal hier in die Wölde gehe müsste ich mal gucken ob der da überhaupt durchpasst kann sein dass das gar nicht geht und seine pinkie Katze alles ist hier nur Level 5 was ist denn hier los so da oben war ein Artefakt äh ein Relikt äh ein ein Explorer Note aber das haben wir schon genau dann da vorne äh zu dieser kleinen Insel hin ist eins dann auf der Insel wo wir hier angelandet sind da ist auch eins das sind die drei die ich hier kenne ach der hat so eine schöne Farbe so na hier ist doch ein bisschen was los ah noch ein Rex und noch ein Rex sehr schön scheinen hier immer zwei Zweiergruppen zu spawnen ich gehe mal ganz kurz hier rein ja genau da ist das das haben wir aber auch schon und sonst ist mir nämlich kein weiteres noch ein paar Kanus so und hier liegen jetzt schon wieder so viele so viele Taschen der hat das nicht mitgegeben hier liegt was komisch warum sammelst du das nicht immer ein so wir nehmen uns die beiden Rexe da noch oder wollen wir erstmal gucken ich glaube der passt schon wahrscheinlich hier nicht durch die Tür oder na das geht noch hier ist es auch immer sehr kalt andererseits hält der Bär ja auch warm gucken wir mal ob der da unten durchs Wasserloch passt ah ne ich komm mit dem nicht weit weil der kann ja der kann ja nicht tauchen äh der kann nicht springen meine ich der tauchen kann er aber der kann nicht springen und äh das heißt ich komm mit dem hier nicht weit ne das brauch man mit dem Bär nicht machen mein Gott dass sie nicht mal umdrehen können hier muss man ja doch mal hin und wieder springen in der Höhle das hat also gar keinen Sinn okay ich schnapp mir die beiden Rexe da draußen vielleicht ist ja jetzt auch wieder alles nachgespawnt jetzt wollen wir mal kurz hier drin waren ja hi zack sehr schön was haben wir jetzt hier super dann wie gesagt ich schnappe mir noch die beiden auf dem Rückweg wahrscheinlich kriegen wir dann schon genügend Level voll dass wir den hier auch wieder auf 500 kriegen ja und dann bleibt uns noch einer übrig die werde ich dann auch nochmal leveln und dann geht's beim nächsten Mal auf jeden Fall in die Schneehöhle ich bin gespannt was ist hier unten los guck mal her Katze das ist wenigstens eine richtig schöne Tigerfarbe hier ist doch schönes Gewimmel wir mischen uns doch einfach mal mit ein ach toll ich hoffe dich immer zu heilen du schommelst hm das ah 100 okay ich wollte gerade sagen der scheint gut zu sein ach ein Traum so wunderbar dann ah noch ein Rex dann geht's aber ab nach Hause komm laufen ja ist jetzt nicht viel viel ereignisreich hier ist halt eine reine Schnetzelfolge aber ehrlich gesagt ich nehme immer nur Samstag und Sonntag auf für Montag und Mittwoch und ja in der kurzen Zeit da kann man halt keine Armee züchten das da müsste ich mir eigentlich mal ein bisschen mehr Zeit für nehmen zack halt warte du hast noch gute Ressourcen und da ist noch ein Abtor cool na dann geht's wieder zurück okay ich bin fertig präpariert für die Eishöhle zumindest hoffe ich das ich sitze hier auf dem Test-Theri der hat jetzt naja 21.000 auf Gesundheit und 543 auf Nahkampfschaden ich hab hier die drei Bären im Inventor oh Hertha doch okay die sind wir noch nicht hochgeheilt ich würde gerade sagen alle haben 10.000 10.000 10.000 10.000 auf Gesundheit und 500 500 500 500 auf Nahkampfschaden ich hab noch einen Kryopod für den Theri dabei weil wir müssen ja erst unter dieser Lücke durch ich hab mir schon mal also der hier hat diesen Supersattel die haben alle diesen lilanen Sattel bis auf Winnie Pooh der hat den gelben Sattel ich hab neun Enterhaken dabei und eine zweite Armbrust dafür ansonsten hab ich meine super Armbrust und 100 Pfeile ich hoffe ich brauch die eigentlich nicht ich hab hier ein paar Spikes damit ich wenn ich unter diesem Schlitz durchgekrabbelt bin vielleicht da erstmal ein paar Spikes aufstellen kann damit ich in Ruhe die Tiere rauswerfen kann die Fackel liegt hier nur drin weil die Spikes jetzt da sind ich hab mir ein paar weniger Heiltränke das waren die die ich noch hatte dabei wie gesagt hier ist ein bisschen Pelzrüstung hier hab ich schon ein Teil Pelzrüstung an und so werde ich mich auf den Weg machen zur Eishöhle zur schweren Eishöhle und ich hoffe mal wir werden das schaffen ich hab den Otto um die Schultern der hat auch Fisch drin und wir haben wie gesagt den Terezzino hier ja das machen wir dann also beim nächsten Mal und ich hoffe dass wir da den das Artefakt des Starken das ist diese blaue Kugel dass wir das da rausholen das wäre dann das letzte vielleicht haben wir richtig Glück und das spawnt sofort wieder nach dann könnte ich nämlich auch eins davon in den Otter packen denn falls wir den Boss erstmal auf Beta und dann nochmal auf Alpha machen bräuchte ich dieses Artefakt ja ohnehin zweimal also das eine von den Megaterien das weiße da das ist schon ausgewachsen das braune ist fast ausgewachsen das heißt die werde ich auch nochmal zusammenpaaren dann haben wir da dieses Ausgangstier für unsere Megaterien Armee und ansonsten brüte ich dann wenn wir wieder zurück sind auch noch weiter mit den Terezzinus also das läuft dann parallel wir haben ja auch schon einen Schwein und wir haben ja auch schon einen Juturan die sind allerdings nicht mutiert die haben nur die besten Werte ihrer Ausgangseltern und dann werden wir mal gucken dass wir uns ja wenn wir wie gesagt dieses Artefakt haben mit der Armee auseinandersetzen und dann mal anfangen die Bossfights zu machen ich bin auf jeden Fall sehr sehr gespannt aber bis dahin müssen wir wie gesagt noch in die schwere Eishöhle ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Final Arc bis dann ciao ciao